Also eigentlich bin ich ja nicht schüchtern, das weißt du ja, aber da ging ich neulich durch den Wald, wollte schon mal nach Ostereier suchen und da sah ich meine Nachbarin, da hatte ich gar kurz Schlowski von nebenan, die versteckte die Eier und sagte zu mich, Mensch, du, wenn du die suchst und alle fändest, dann kommst du zu mich nach Hause und da machen wir ne schöne Feier. Ah, ich wünsch dich schöne Ostern.